Wo waren das? Wie, wie kam ich denn nochmal... Ach du... Kriegst die Motten. Äh... Wie kam ich denn da hin jetzt? Hallo! Äh... Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Mutter. Ach ja? Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle und zeile dich. Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht an dich konzentrieren kann. Alles klar? Alles klar. Äh... Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Okay. Ähm... Konzentration, Konzentration. Daaa... Cool. Das hat ja gut funktioniert. Das machen wir nochmal. Warum lauf ich eigentlich hier runter, wenn ich hier oben muss? Heieieieieieiei... Das gibt's doch gar nicht. Können wir da vielleicht nicht, ähm... Ach, da habe ich nichts mehr. Stimmt. Stickstoff... Ionisches Gel. Versuchen wir es damit. Kann da wohl nicht wahr sein. Da, da sind wir ja schon. Nein! Jetzt hab ich nicht gesehen, ob das... ...nur von der einen Seite... Ja, tut es. Ah! Was? Was? Ich krieg das Lied nicht mehr so... So. Schnauze. Das hat ja was gebracht. Hier ist noch ne Kasse. Kann man auch noch gerade mitnehmen. Den können wir auch mal eben hacken. Okay. So. Aber dann bitte so. Aber bitte mit Sahne. Ach, wir sind doch schon da. Tschau. Schön, schön. Schön, schön. Und dafür so ne... Achso. Das fällt dir aber früh ein. Schrei doch. Hier findet dich niemand. So. Hier war noch irgendwo einer. Da. Hallo. 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 Na, geht's dir besser jetzt? Einmal löschen. Okay, bringt nicht viel. Hilfe. Ihh, die hat gekotzt. Ja, ich komm hier schon. Warte. Komm. Wo ist denn hier hin? Komm zurück. Ich renne doch gar nicht. Nein, 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 nein. Erstmal. Ja, hier. Ja, ich bin da. Hallo. Huch. Uah. Ach, du Scheiße. Ach, das war... Das falsche. Den brauch ich. Hallo, wo bist du denn? Mist. Ja. Ciao. Ähm. La 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 la. Ach, Mist. Ich könnte ja mal wieder. Aber warum denn nicht? So. Oh, diese Musik. Alle tot. Niemand hat überlebt. Ich glaube, das waren jetzt wirklich alle. Okay. Äh. Nun denn. Na, dann gehen wir in die Vorhalle. Ich bin ja mal gespannt. Und... Ja, klar. Was? Nee, die nicht. Viel schöneres. Was? Hat er was fallen lassen? Nein. Kommen wir hier jetzt rein? Kann ich das jetzt endlich öffnen? Ah, warte mal. Ich komm hier nicht dran. Verdammt. Was muss ich machen? Finde Cones Meister. Finde Cones Meister. Haben wir doch schon. Können wir das fotografieren? Ich glaub, wir müssen das fotografieren, oder? Kein Motiv in Sicht. Kein Foto geschossen. Aha. Komm hier auch nicht hin. Da. Haben wir das nicht fotografiert? Ja. 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 In diesem Ort sind drei Männer, alle einstige Schüler von mir, alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug! Such sie, Kleinmotte, und mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon unsterblich. Geh! Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Okay. Okay. Jetzt muss ich da hinten nochmal hin. Bolzen mit Stahlspitze. Äh. Ne, hier nicht. Aber anders. Da. Will ich da jetzt so hinkommen? Ich weiß nicht. Bolzen mit Stahlspitze. Äh. Warte. Ne, das war zu weit. Was? Aha. Gut. Warte, warte, warte. Wir haben ein U-Invent da hinten. Dass nur den Monarchen die Früchte aller Arbeit gehörten, sollten sie nun allen gehören. Blablab. Fallenbolzen. Okay, das ist... mehr Bolzen können wir gerade nicht herstellen, ne? Äh. Nalala. Machen wir mal. Schaden kann's ja nicht, ne? Panzer brechend. Puh. Auto-Hack. Ionische Skill. Schade, dass nicht angezeigt wird, wie viel wir davon haben überhaupt. Oh. Äh. Okay, was haben wir denn hier? Fallenmus... Oh. Naja. Jaja, halt doch mal die Klappe. Ich möchte gerne wissen, wie kommen wir da oben... hin? Au. Okay. So nicht. Kommen wir da oben überhaupt hin? Wird es, äh... Überhaupt die Möglichkeit geben? Warte mal. Oh. Okay, das kann ich nicht... Geht nicht. Hm. Schade. Ich dachte, man käme da wirklich rein, aber es ist wohl nicht so. Kann ich vielleicht hier mit jetzt? Was ist das, Baby? Hm. Scheinbar nicht. Na gut. Also, töte Martin Finnegan. Äh. Wo haben wir den denn? Herausholen. Ach du Scheiße. Wir waren auch immer noch nicht in diesem kleinen Raum da oben. Äh. Gehen wir jetzt mal gucken. Das war, glaube ich, dieser Vorführraum, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen. Kleine Motte. Vielen herzlichen Dank. Oh. Nice. Okay, hier kommen wir... Oh. Ach, kacke. Okay. Da kommen wir noch immer nicht rein. Das ist sowas blödes. Wollte ich jetzt noch mit der Gitarre spielen hier. So. Äh. Ach, komm. Nein, nein. Ciao. Wo? Alter. Hilfe! Ich bin gleich tot. Moment. Aha. Äh. Hä? Doch, hier lang, ne? Äh. Hallo? Ja. Wie angenehm. Wo war jetzt nochmal das, äh, Midi-Gedöns? Ja. Ich find's nicht. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Da. So. War das jetzt zu weit schon? Nein. Wie komm ich denn hier wieder raus? Verfleck's nochmal. Muss ich wirklich den Aufzug nehmen? Scheint fast so, ne? Kleinen Moment, ich trinke mal einen Schluck. So. Hm, hm, hm. Der schnellste Aufzug der Welt. Oh, und ich kann mich hier gar nicht drin... ...bewegen. Ehrlich? Entschuldige. Wo muss ich denn jetzt hier... Ach nee, falsche Richtung. Ich glaube, von hier kamen wir. Hm. Okay, ich glaube, wir müssen... Nein. Ich glaube, wir müssen wieder hier hoch. Wir müssen in, ähm... Wie hieß das noch gleich? Hier ist der Prinz. Äh. Poseidon, genau. Da müssen wir, glaube ich, rein. Poseidon Plaza. Ja, bitte, danke. Ja? Ich kann dich gleich brennen sehen. Hier. Okay, hier liegt aber nichts drunter. Alles klar. Ja. Unbekanntes ob eben. Alter. Die Tiefkühlkammer von Rapture, oder wat? Wie sieht's denn aus hier? Okay, der... Ach, du Scheiße. Ich geh mal erst hier gu... Gucken. Ach, du... Kann ich da Fotos von machen? Yo, Tatsache. Tada! Ein Houdini-Splicer. Aha. Nein! Was? Ähm... Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden hier zu schicken. WHA? Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Was? Alter! Gucken wir gleich mehrere Objekte. Oh. Sehr schön. Tuckish-Splicer. Erhöhter Schaden plus... Tuckish-Splicer sind anfällig für Antipersonen-Munition. Ähm... Die werden hier wohl nicht funktionieren. Weißt du wat? Sonst gehen wir uns nachher noch auf den Sack. Weiß wir auch nicht. Ciao. Ups. Vorher aber... Alles mal... ...abfotografieren. Action-Foto. Vielleicht ist das hier hilfreich. Da ist er ja. Ah, nice. Weiß ich nicht. Wie möchtest du denn genannt werden? Hallo! Wo ist er denn jetzt? Ach du Scheiße! Ne! Wat? Ähm... Ähm... Ja, das war ja klar. So. Haben wir... ...in der Nähe, da hinten... ...einmal... ...was zum Aufladen. Sehr gut. Acht Dollaris. Das ist nicht sehr gut. Das ist nicht sehr gut. Äh? Lass... ...neues Honey go. Und setz es in das Quadricon ein. Ja, ja. Ich fühle mich so voll... ...wie ein schwangeres Weib. Das ist ja gut. Lass deine Gegner mit der Frozen Field... ...in der Kälte stehen. Äh... Körperpanzung, statische Entladung, Ranch... ...Jockey. Ich tausche die mal. Welcher ist? Bevor ich da das Bild mache... ...werden wir uns selbstverständlich hier noch... ...ein bisschen weiter umschauen. Der rennt uns ja nicht weg. Der Gute. Ah, sieh meiner an. Das war ja jetzt doch ein bisschen zu einfach. So, hier unten lang. Dann einmal hier rüber. Scheiße. Ne, doch hier. Dann hier rüber. Und da dran knipsen. Fertig. Halt nie. Halt nie. Vielen Dank.